ARD Text im Auftrag von Funk 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 machen wir nicht. Rottenfleisch machen wir nicht. Ich werde gerade gehauen. Von was? Von dir! Du! Mist! Achmed! Du! Geh! Kaputt! So. So. Wo sind meine Fockeln? Da sind ein paar Fockeln. Wo gehst denn hier nach oben? Du hast mich angespuckt. Hast du mich angemalt? Nein. Ja doch, wenn du das von YtD nimmst, dann ist es... Ich fand das richtig gut, die Parodie. Ja. Lalalalalala Ich muss nach oben. Ein Kipf! Ein Kipf! Kipf. Oh nein, jetzt habe ich wieder den Bug, dass Stein zu Kohle wird. Ui! Achmed! Achmed! So. Okay, ich... Oh, wow. Okay, jetzt werde ich gerade fast... Warum sind hier so viele, Achmed? Wo ist der Spawner? Scheiße. Mein Schwert ist kaputt. Mein Schwert ist kaputt und ich stand mir 40 Skelete gegenüber. Was sollte ich tun? Oh mein Gott, ich bin ja voll verstrahlt. Was sollte ich tun? Ich habe die Axt genommen und sie umgebracht. Boah! Du aggressiver, du. Die haben auf mich geschossen. Ja und? Das war Selbstverteidigung. Ihr Schweine habt mich angemalt! Ah, jetzt geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf, du bist schuld. Wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Geht dir auch nicht aus dem Kopf, sagst du? Hallo, Creeper. Na, wie geht es Ihnen? Ich höre ein Schwein. Ja, Alex ist ja voll verstrahlt. Ich muss fast oben sein, ich habe ein Schwein gehört. Weißt du mal, wie hin da sind Geräusche da? Ich bin draußen. Von wo kamen wir? Scheiße. Na, Jungs und Mädels, wisst ihr es noch, von wo wir kamen? Ich habe absolut keine Ahnung. Hey! Sag mal. Ich möchte mich da gar nicht schon beirren jetzt hier. Einfach ganz normal weiter abholen, als wenn nichts gewesen wäre. Nicht provozieren lassen! Nicht provozieren lassen! So. Ich nenne diese Folge... Der Wahnsinnige Wirt24. Ich sag nicht, soll ich mich jetzt gerade provozieren lassen. Ah! Guck her, guck her. Nicht provozieren lassen! Nicht provozieren lassen! Wir sind da auf irgendeine Insel gesprungen oder irgendwie sowas, sah es zumindest so aus, als wir runtergegangen sind. Sag mal, von wo kommen die denn? Sind die von da oben gekommen? Scheiße. Als wir hingelaufen sind, sind wir da durch den Sumpf gekommen? Nee, ne? Wir sind irgendwie am Sumpf vorbeigerannt, oder? Kann das sein? Kann ich dir nicht sagen. Scheiße. Mensch, wir werden nie wieder nach Hause fahren. Wir müssen ein neues Haus bauen. Scheiße. Ich weiß noch nicht, warum hast du denn diese Tauben nicht mehr drauf? Vielleicht gab es das noch nicht. Ich hab natürlich kein Essen dabei. Lalalala. Ich prob mich gleich zu dir, du hast ja genug dabei. Hier ist ein NPC-Dorf. War das das, was wir am Anfang hatten? Das kann natürlich sein. Ja, jetzt musst du von da aus, glaub ich, Richtung Süden laufen. Aber warte mal kurz. Ich versuch dann jetzt erstmal, ich geh jetzt auch erstmal nach... Boah, jetzt kommt mir Gribble entgegen. Ich versuch dann auch mal nach oben zu kommen. Ich hoffe, das ist das NPC-Dorf, was wir kannten. Boah, natürlich ist es hier erstmal ein Zombie, hallo. Ah, hier sind die Felder abgearbeitet. Das haben wir gemacht, eindeutig. Jaaaaaaaaaaaaaaah! WTF? Hier, er säuft grad nen NPC im Brunnen. Ich hau den. Das zieht mich schon wieder her. Die haben auch gar keine Golems. Warum holen die keine Golems zu ihrem Schutz? Oder bauen die nur nachts? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Fackeln mehr. Richtung Süden, sagst du? Ich gehe schon mal weiter. Ich bin ja auf dem Weg nach oben. Ja, ich brauche ja was zu essen. Ich muss irgendwie mal unser Haus finden, so langsam. Aber ich glaube, da hinten ist dieser kaputte Baum, den wir bei uns am Haus stehen. In welche Richtung bist du denn gerade gelaufen, als du dann oben warst? So nach rechts. Aber ich bin ja auch am Wasser rausgekommen, ne? Du hast keine Minimap, ne? Doch, ich bin nach rechts gelaufen auf der Minimap. Ja, Osten, quasi. Ja. Aber ich bin am Wasser rausgekommen. Wenn du woanders rauskommst, dann ist das... Und dann irgendwo ein bisschen nach unten, dann ist irgendwo der Sumpf gewesen bei mir. Du kannst natürlich jetzt ganz woanders gewesen sein. Aber wenn du nicht hinfindest, dann brauche ich dir einfach. Naja, du kannst mir da einfach Koordinaten sagen, wo du bist. Und dann laufe ich einfach so, dass ich in die Richtung gehe. Ich bin im Moment bei... Ja, lass mich erst mal oben ankommen. Ich muss ja gerade noch... Ich bin schon auf... Ah, hier ist schon Dirt. Null minus fünffünfzig. Null minus fünffünfzig? Ja. Da war ich gerade. Wenn du von da aus unser Haus nicht siehst, dann... Boah, warum muss jetzt genau hier Wasser sein? Weiß ich nicht. So, ähm... Essen. Essen. Ach, scheiße, das ist ja gar nicht die Lagerhalle. Die Lagerhalle sind da hinten. So. Haben wir irgendwo essen gelagert? Ja, ne? Irgendwo schon. Essen. Stehe dran. Essen. Hunger. Okay, die Richtung ist schon mal in etwa richtig. Brauch. Dann müssen wir quasi kontinuierlich in diese Richtung laufen. Dann müssen wir eigentlich... ...bei dir ankommen. Ich bin jetzt... Ja, ich bin jetzt vierzig, äh... ...vierzig und minus zehn ist unser Haus ungefähr. Wir haben ja gar nicht so viel Redstone, oder? Nö, nö. Entschuldigung. Gold. Das muss ich jetzt mal brennen. Holz... Cobblestone. Und rennen! Wuhu! Das hat sich nicht geschafft. D-d-d-d-Crovel-Send-Glas. Wolle, Wolle, Laps, Lazzulis. Clay-Werkzeug, Kunst, Eisen. Warum leuchtet mein Handy? Wahrscheinlich, weil er... ...leuchtet. Ist ein Leuchte-Handy. Leuchte-Handy. Schweini. Ach, ich bin auch mal im Dorf jetzt. Bist du jetzt vom Dorf nach Süden gelaufen? Ja, du bist schön. Ja. That's right. Weißt du Bescheid? Boah, wie viele Schweine hier sind, ne? Ihr Schweine habt mich an------- Richtig schlecht. Noch einmal ein bisschen Zeit, dann nimmst du hier noch ein bisschen Fleisch mit. Würden wir schon mal den ganzen Schweine hier finden. Ihr Schweine habt... Okay, war ein Gott. Jetzt reicht... Jetzt reicht es aber. Schluss. Aus. Vorbei. Jetzt wird zwar langsam dunkel, aber... ...ja... ...gut gewappnet. Schwert ist gleich kaputt. Alles beste Voraussetzung, um in die Dunkelheit zu starten. Oh, wir haben ja hier ein Dorf, weil das ist ganz schön groß, ne? Dorf, ne? Echt? Also, schon kleinere gesehen, ne? Haben wir so. Ja. Hatten wir hier überhaupt alles abgeguckt? Also durchgeguckt? Ja, hatten wir. Mein zählt so. Ich weiß das. Das war quasi unsere erste Tat auf diesem Server. NPCs ausplündern. Oh Mann. War das schlecht. So. Jetzt geht es aber los hier. Warum gehe ich denn so viel? So müde bin ich auch noch wieder nicht. Pflanzen, 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 Anpflanzen. So, ich sehe da schon was. Da ist es. Das herrliche Haus. Da ist es. Herrlich. Äh, GZ. Und so. Juhu. Ja, hier haben wir nämlich angefangen. Da sind wir da unten nur die Tür. Da war unser erster Cave quasi. Den selbst gebuddelten. Äh, gebuddelten. 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 Gebuddelten Cave. Ah. Irgendwie habe ich jetzt gerade gar keine Lust an, an dem Dach weiterzuarbeiten. Ja, du spinne. Wenn du nicht anders willst, dann kriegst du es auch nicht anders. Okay, jetzt ist natürlich dein Schwert kaputt gegangen. Wo bist du denn? Da, wo du nicht bist. Doch, ich bin genau da, wo du bist. Hey, Schluss mit sowas. So, Level 8. Und jetzt bis zum Halt. Vielen Dank.